Mein Name ist Rosemarie Hartmann. Wir sind auf der Münsterstraße seit 1959, wir in der zweiten Generation seit 1978. Wir waren bis jetzt sehr zufrieden mit der Münsterstraße, sind es eigentlich noch, wobei wir unsere Münsterstraße schon als eine halbe Heimat für uns, ja, beanspruchen würden, würde ich sagen. Wir haben ein Gardinengeschäft, was eigentlich sehr weit bekannt ist und würden das gerne beibehalten.